Die Chance auf den Crit ist ziemlich hoch, ne? Kein Risiko, kein Fahnen. Das wird wehren. Warum überlebst du das? Oh, vergiss was ich gesagt habe. Ich muss das echt upgraden. Was soll, der schießt dann zurück, ne? Boah, die killt mich halt! Sehr schön. Hey, da wer stirbt! Schweinerei. Also wenn du jetzt nicht triffst, dann weiß ich auch nicht. Oh, keine Sorge alle, er macht schon. Du bist ziemlich stark, ne? So, jetzt sind wir da drüben wieder Aufräumarbeiten zu erledigen. Okay, who's next? Okay... Got it. Das war's. Das will ich jetzt einfach abschlachten ist dir schon klar Oh die zieht mir 25 ab Okay Dann kommt die Ivy dran Ah der kann sich nicht bewegen Wegen der Sau Oh Das war's für heute. Wir wissen immer nur wie man mit ihr verfahren soll Oh ja, stimmt, der konnte ja dann zurückwerfen Daneben? Wow Hä? Okay, die greifen mich zurück an Ich schaue es mit dem Alia aus, der kommt nicht hin Hm Mit dem würdest du vielleicht einen Crit machen und einen Kalt machen Ach, komm, no risk, no fun Das war cool, war es nicht? Der Hundschiedel Ja, die Sau darf halt zurück schlagen, ne? Mit der meiste Lanse habe ich die Chance, dass ich vielleicht einen Crit mache War das so? 39 Los, 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 los Fuck, natürlich nicht Weig aus, weig aus, weig aus Weig aus, weig aus Ja, lass die Schweine halt abziehen doch Ja, ey, lass die I'm not going to just stand around. I'll have at them, too. I'll do as you command. Warte, nur hier oben kannst du mich nicht angreifen, was ist hier los? Ready for a fight. Oh, Selins Ration. Oh, wow. Oh, Glück gehabt. Äh. Äh. Wir waren gerade fertig, was soll denn der Scheiß? Let's do this. Ja, damit sie von allen vier angegriffen wird, klar. Ja, natürlich auch. Hm. Hm. Ich kann halt einfach von jedem angegriffen werden. Ich glaube, wir ziehen uns zurück. Ich glaube, gegen den Bogenschütze in die Luftwurzis ins Welt zu ziehen, war halt nie so geile nicht so geile. Wieso die Scheiße halt alle zwei Runden einsetzen kann oder was? Was? Ich meine, ihr könnt jetzt gerne angreifen. Wie, der kann 1000 mal zurück angreifen, was soll denn das? Ich werde dich nicht vergessen. Boah, ich geh dann drauf noch. Ja, was ist hier denn dritter tot? Das war lustig. Danke. Das war lustig. Das war lustig. Danke. 非常er schaff. Boah! Alle 19! Der ist jetzt weg. 11? Hä? Schwertmeister. Weiser. Das geht ja auch wieder massig ab, ne? Ja! Danke, Ali. Danke. Oder Ali, ja. Warte, da steht ja auch nochmal einer, das sehe ich gerade. Warte mal, die kann in der nächsten Runde wieder hier super Ding, ne? Boah, meiner geht halt einfach drauf, wenn das ist... Warum sind die denn alle so stark, Alter? Warte, ich werde 2, 2, 2. Äh, kann mich halt von drittenaus angreifen, ne? Kann ich vergessen, die überrennen mich. Ich bin sicher, wie ist das, was mit dem Stichwort vorstelle und den Sieg ist. Bescheid mir und den Sieg entdeckten uns? Dürft ihr zuerst? Sehr schön Sie werden nicht verraten, was Sie nicht verraten? Sie werden nicht verraten! Ich will dich nicht mehr. 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 Ich will dich nicht mehr.